Politik findet oft hinter verschlossenen Türen statt. Wissen Sie eigentlich, wie politische Entscheidungen getroffen werden? Politik braucht Transparenz. Wir verstehen darunter umfassende Informationen der Bevölkerung zu aktuellen Themen, mehr Beteiligung der Bürger bei Entscheidungen und ein neues Verständnis von Politik. Dabei spielt die Informationstechnologie eine Schlüsselrolle, die geradezu revolutionär ist. Wir haben in Deutschland zwar schon ein Informationsfreiheitsgesetz, Regierung und Verwaltung üben sich dennoch weiterhin in Geheimhaltung. Die Transparenz ist aber die Basis der Demokratie und ihr Garant. Die Piratenpartei lebt diese Transparenz. Wir stehen für eine allumfassende Informations- und Kommunikationsfreiheit. Diese führt zu einem offenen Diskurs und damit gemeinsam gefundenen Lösungen. Das ist ein neuer humanistischer Geist in der Politik und dieser ist auch notwendig, denn Die Hürden bei Volksbegehren in Baden-Württemberg sind viel zu hoch. Bildung ist abhängig vom Einkommen. Denn Politiker gehen unkalkulierbare wirtschaftliche Risiken ein. Am 27. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Machen Sie mit! Demokratie lebt vom Mitmachen! Weitere Informationen finden Sie unter piratenpartei-bw.de Die Hürden bei Volksbegehren in Baden-Württemberg